Von diesem jungen Mann hier könnten wir alle eine Menge lernen, denn unser... Rüdiger. Gut, Rüdiger. Liebe Haterschaft, schön, dass ihr wieder da seid. Mir ist beim letzten Mal ein kleines Malheur passiert. Ich habe Vlog 104 bis 107 versprochen, aber was mir gar nicht aufgefallen ist, es waren Vlog 104, 105 und 107, aber 106 war gar nicht dabei. Und das kann ich natürlich so nicht stehen lassen. Deswegen ziehe ich das jetzt gerade und hole Vlog 106 nach. Und dann gehen wir auch direkt rein, nicht lange drum rum schnacken. Los geht's. Ich habe jetzt nicht so mega viel Zeit gerade. Das kenne ich, Reini. Du bist hart am Arbeiten, so wie wir alle. Genau, da fehlt einem schon mal die Zeit. Weil ich wieder mal am Zocken bin. Ja, das ist natürlich auch schon absolut das Wichtigste. Zocken geht vor. Zocken geht vor Arbeit, vor sozialen Kontakten, vor Weiterbildung. Wichtig ist nur daddeln. Ja, richtiger YouTube-Profi halt. Warum auch vorbereiten. Er ist auch gerade mal 15 Sekunden im Video. Man könnte es einfach auch löschen und nochmal neu anfangen, wie man das halt macht. Man könnte auch schneiden, wenn man nochmal am Ende drüber schaut. Ich weiß eh nicht, ob er sich seine Videos nochmal anguckt. Aber das ist halt Qualitäts-Content. Ich werde im nächsten Jahr nicht besonders viel Zeit in einem Spiel verbringen können. Und habe deswegen nur noch der Rest dieses Jahres Zeit dafür. Ich schaue mal gerade ein bisschen in die Zukunft. Du wirst jede Menge daddeln. Du wirst jede Menge auf irgendwelchen Schmuddel-Plattformen rumhängen. Es ändert sich sehr wenig, was das angeht. Warum ich für nächstes Jahr keine große Zeit für das Game-In-Hub, liegt nicht daran, dass ich im Knast lande. Obwohl es durchaus im Rahmen des Möglichen ist. Aber ich denke, vor Ende nächsten Jahres wird da generell nichts in die Richtung passieren. Leider nicht. Aber ich denke, es hätte dir wirklich gut getan, weil du da ein geordnetes Leben gehabt hättest. Man hätte sich um dich gekümmert. Du hättest da einer Tätigkeit nachgehen können. Ob es da halt irgendwelche Schreinerarbeiten sind oder sonst irgendwas, die du da hättest machen können. Es gibt sogar die Möglichkeit in Gefängnissen, dass man da eine Ausbildung machen kann. Vielleicht auch bei... Du wärst wahrscheinlich nicht so lange da gewesen, dass du sie fertig machst. Aber dass du sie anfängst und dann außerhalb fertig machst. Und ich denke, das wäre die behütende Hand in diesem Fall gewesen, die auf dich aufpasst. Also eigentlich ist es eine fatale Chance für dich. Ich habe für das kommende Jahr ziemlich viele Planungen. Und wenn ich nur die Hälfte davon umsetzen kann, bin ich mindestens ein Dreivierteljahr im Stress. Ja, ist natürlich nicht passiert. Seine Planungen liefen eigentlich auch nur... Ich fahre nach Frankfurt. Ich schaue mal, was ich danach mache. Ich fahre mal nach Italien. Bleib ein bisschen da. Ist auch nicht passiert. Er ist direkt wieder zurückgekommen, weil er Heimweh hatte anscheinend. Und, naja, Planungen halt. Ähm, ähm, im Moment muss ich gucken. Im Moment muss ich gucken, dass ich auch mal ein bisschen Zeit in das Spiel investiere, weil ich möchte... Das geht hier auch vor. Das ist wichtig. Ich meine, sein Leben auf die Reihe kriegen. Einen Umzug planen. Nein. Da wird keine Zeit investiert. Nein. Es muss New World gedaddelt werden. Das ist wichtig. Ich möchte schon noch Max-Level werden dieses Jahr. Übrigens, was ich mal machen kann für die Leute, die ebenfalls New World zocken. Also meine Attribute... Wir müssen in die Zeit gucken. Meine Stärke ist auf 101. Mein Geschick ist auf 12. Meine Intelligenz ist auf 9. Äh, Konzentration ist... Weil, habe ich das gerade richtig verstanden? Seine Stärke ist mehr als 10 Mal höher als seine Intelligenz? Das ist auf jeden Fall... Naja, die Stärke im echten Leben nicht. Aber die niedrige Intelligenz wird irgendwann mal vor Gericht bestätigt werden. Auf 5. Irgendwie wie im echten Leben, ne? Ja, meine ich halt. Und Konstitution ist auf 45. Eigentlich müsste es irgendwie auf 145 sein, weil dick bin ich ja, ne? Aber stark, egal. Ja, aber Konstitution hat ja nichts damit zu tun, dass du dick bist. Sondern einfach, dass du... Wie soll man das am besten beschreiben? Körperlich besonders fit bist in einer guten körperlichen Verfassung, einer Robustheit. Und das bist du ja nicht. Du bist dauernd krank. Da ist keine gute Konstitution bei dir. Kochkunst bin ich auf 76. Das ist wie im echten Leben. Äh, wenn es minus 76 sind, ja. Wenn du halt Nährschlamm anrühren als Kochen ansiehst, ähm, ein Butterbrot schmieren mit Salz als hohe Kochkunst, ja, dann kommst du auch mit 76 hin. Aber verglichen mit normalen Menschen ist das halt ein bisschen wenig. Äh, 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 äh. Äh, meine Erfolge kann ich euch im Moment nicht aufzählen, weil es immer... Weil es keine gibt. So wahrscheinlich wie in deinem ganzen normalen Leben auch. Wieder mal Bugs gibt bei dem Spiel. Äh, äh, bin beim Syndikat. Und mein Rang ist, äh, Skriptor. Äh, äh... Ich weiß nicht, ob euch das was gesagt, ich hab das Spiel nie gespielt, ähm, so viel Zeit hab ich wirklich auch nicht nebenbei, ähm, ich find diese Rollenspiele schon interessant, aber sie sind halt wahnsinnig zeitaufwendig. Äh, dazu kommt außerdem, dass ich ein eigenes Haus hab. Ich hab mir damals, äh, die Erweiterung gekauft, das heißt, ich hab auch den Hund, andere Leute, die dann an dem Haus vorbeilaufen können. Was willst du denn mit dem Hund? Du verträgst dich nicht mit Hunden. Und du fütterst sie ja nicht mal. Du kümmerst dich auch nicht um sie. Ihr hattet doch mal einen Hund gehabt. Ich weiß nicht, wie hieß der? Max? Und da hat sich die Pflegerin deiner Großmutter dann drum gekümmert. Und auch anscheinend das Tierheim angerufen, damit dieser Hund aus dem Zwinger rauskommt und dass sich mal anständig um das Tier gekümmert wird. Du solltest wirklich keine Tiere haben. Und witzig, dass du in dem Spiel ein Haus hast. Du wirst deins ja bald los sein. Und auch nie wieder in deinem Leben eins bekommen. Und unter anderem sehen, dass du einen Hund besitzt. Äh, ist für momentan eigentlich Geldverschwendung. Ja, aber du hast es ja. Es muss halt für Schwachsinn Geld ausgegeben. Noch und nöcher. Keine Wohnung, kein nix, aber halt für sowas wird Geld rausgehauen. Schulden bei zig Institutionen. Du kannst einfach nicht mit Geld umgehen. Und das Schlimme ist ja vor allem, es ist ja eigentlich nicht mal dein Geld. Du gehst dafür ja nicht arbeiten. Andere gehen arbeiten und geben es dann dir, weil du danach bettelst. In ein paar Jahren sieht man dann halt, hey, der hat ja diese Skins und der hat ja, hey, der hat ja diesen Hund. Ist für die Zukunft irgendwann interessant, aber im Moment ist es eher so, meh. Glaubst du wirklich, du kannst damit angeben, das ist eine Lebensleistung für dich, dass du irgendwelche Skins und einen Köter in so einem Spiel hast? Also solltest du vielleicht ein bisschen mehr Zeit in der echten Welt verbringen? Also ich bin die ganze Zeit nur am Zocken. Ich habe mittlerweile, das kann ich euch auch mal kurz erzählen, Spielzeit in dem Spiel sagt 80 Stunden und drei aus. Äh, 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 ähm, ähm, hinter Hanf sind die Leute alle her. Das ist voll übel. Es passt für mich jetzt gerade ganz gut, dass die hier sind, deswegen muss ich die gleich abernten. Ähm, jetzt kann ich mich erstmal wieder da hinstellen und zugucken, wie es wächst. Ähm, ansonsten, heute haben wir wieder einen Haufen Vollidioten von meiner Haustür gehabt. Äh, äh, natürlich. Die Hater werden wieder erwähnt. Es gibt einen genauen Bericht, wer da war und es wird damit wieder initiiert, dass die nächsten Hater auch morgen wieder kommen werden. Äh, wenn man bedenkt, dass ich bald vor Gericht muss, weil Vollidioten bei mir vor der Haustür stehen und ich mich nicht. Nein, du musst nicht vor Gericht, weil Vollidioten vor deiner Haustür stehen. Du musst auch nicht vor Gericht, weil du dich verteidigt hast, sondern du musst vor Gericht, weil du Menschen angegriffen hast, weil du Menschen beleidigt hast. Und wenn einer dieser Personen, die du angegriffen hast, die du mit einer Taschenlampe geschlagen hast, nicht strunzend dämlich ist, wenn er besoffen ist zumindest. Ich meine, irgendwas Cleveres scheint dieser Taschenlampen-Hater ja zumindest gehabt zu haben, nachdem er, ja, die Aussage vor Gericht so verkackt hat, weil er halt angetrunken war, nach dem Termin anscheinend von der Polizei verhaftet wurde, weil er Polizisten angegriffen und bespuckt hat, so betrunken war er. Aber er scheint ja ein Abitur gehabt zu haben, sonst würde er ja nicht Medizin studieren. Und was er gemacht hat, er hat sich komplett zurückgezogen. Ich habe nie wieder was von ihm gehört. Also wenn er nüchtern ist, scheint er ja irgendwas zu merken und hat das einzig Richtige gemacht, abgehauen. Die Füße stillhalten, dass man es reiner halt nicht begreift, was man machen sollte. Diese Leute wehren muss. Die Hater begreifen, glaube ich, nicht ganz den Ernst der Lage. Auf der einen Seite werde ich klar verurteilt, beziehungsweise werde ich klar, nicht verurteilt, sondern werde ich klar verklagt, weil... Reini, du wurdest verklagt, du stehst vor Gericht und die Lage ist ernst für dich, nicht für die Hater. Die Hater stehen nicht vor Gericht, weil sie Leute angegriffen haben oder beleidigt haben. Du stehst da vor Gericht. Es geht da ganz einzig und allein um deinen Hintern. Weil ich Leuten aufs Maul geschlagen habe und so weiter. Oder angeblich an Herr Witz, an der ganzen... Angeblich, du hast Leute angegriffen. Natürlich. Leugne das doch nicht. Und vorher hast du erzählt, du hast dich gewehrt. Jetzt erzählst du auf einmal, du hast es gar nicht gemacht. Komisch. Wenn man sich widerspricht, sollte dir vor Gericht nicht passieren. Eine Aktion ist, dass die ganzen Hater-Aktivitäten und dieser ganze Müll drumherum und alles... Die Hater beweisen mit den Aktionen in den letzten Monaten nur immer mehr, dass ich keine andere Wahl habe, als den Leuten die Schnauze anzuhauen. Genau. Es stehen drei Leute vor seiner Tür. Die machen gar nichts. Stehen auf der Straße. Ich meine, sie stehen ja nicht vor der Tür. Nur im übertragenen Sinne. Die stehen natürlich auf der Straße, nicht auf seinem Grundstück. Ja, und sie machen nichts. Und Rainer erzählt hier, er hätte keine andere Wahl, als den Leuten auf die Schnauze zu hauen. Das ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung. Das solltest du vor Gericht lieber auch erzählen. Mal gucken, was dann bei Gericht passiert wäre. Ähm, wir haben heute schon zwölf Vorfälle gehabt. Zwölf. Ähm, äh, was ist das jetzt? Die Frage ist ja auch, welche Einheit ist das? Ein Vorfall? Ist, wenn Rainer sein Frühstücksbrötchen runterfällt, ist das dann auch ein Vorfall? Also, wenn irgendwelche Hater auf der Straße stehen und nichts machen, ist das auch kein Vergehen. Nur, es stört dich halt. Dich persönlich. Aber, naja, es ist mir egal, es ist dem Gericht egal. Es ist eigentlich allen Menschen egal. Nur dich regt es auf. Ähm, äh, also zwölf Personen. Nicht Vorfälle. Vorfälle sind sechs Stück gewesen. Die doppelte Anzahl haben wir an Personen hier gehabt. Und... Ja, aber was ein Vorfall ist, erfahren wir halt nicht. Und ob da zwölf Leute sind, ob das wirklich Besucher waren, wissen wir natürlich auch nicht. Oder ob mal wieder irgendwer mit dem Fahrrad langgefahren ist und die Polizei gerufen wurde, wissen wir halt natürlich auch nicht. Äh, ist halt echt hardcore asozial. Weil die Leute fahren hier teilweise aus der Schweiz durch. Die Leute beweisen eigentlich die ganze Zeit nur, dass... Es fahren Leute aus der Schweiz durch. Könnten natürlich auch Besucher der anderen Anwohner sein. Es ist eine Anliegerfreistraße. Also jeder, der ein Anliegen hat, der jemanden besucht, darf durch diese Straße fahren. Rainer erzählt ja, es wäre ein Anwohnerfrei oder es wäre ein Durchfahrtverbot. Das ist natürlich einfach nur gelogen. Stimmt einfach nicht. Die hier so viel Aktivität haben, dass ich mir irgendwann nicht mehr anders helfen kann. Genau. Es fahren sogar Schweizer durch die Straße und dann muss man Leuten auf die Schnauze hauen. Also gut, dass du in keiner großen Stadt wohnst. Ich weiß nicht, wie viele Schweizer hier täglich bei mir vorbeifahren. Ähm, ja. Aber ich halte mich mit Leuten auf die Schnauze hauen deswegen aber noch ziemlich zurück. Hoffentlich bleibt das auch so. Dass ich in die Schnauze einhaue. Ähm, irgendwann ist es dann so gewesen, dass wir am Wochenende hier 100 Leute oder hunderte Leute haben. Ja. Ich führe mittlerweile eine Liste unter anderem, um auch das vor Gericht vorlegen zu können. Ja. Und der Richter hat sich kein Stückchen für deine komische Liste interessiert. Würde auch sagen, es gibt nichts Unseriöseres, als wenn du eine Liste führst. Ich kann halt auch belegen, wie viele Leute hier stehen. Äh, ich schreibe immer auf, wann ich bei der Polizei anrufe. Ich schreibe auf, wann ich nicht bei der Polizei anrufe. Ich schreibe auf, wenn Leute hier vor meiner Haustür sind, was sie machen und so weiter. Und wenn ich all diese Sachen bei Gerichten mal vorlege, dann sieht man mal, was hier für Aktivitäten eigentlich tatsächlich sind. Und das sind auch keine Hirngespinste oder sowas, sondern das sind tatsächlich reale, passierende Sachen. Kein Schwein interessiert sich dafür, wie viele Leute bei dir vor der Haustür stehen. Wie gesagt, vor Gericht hat es keinen interessiert. Es interessiert nur dich. Und ob es wirklich Besuche bei dir sind oder einfach nur Leute, die irgendwelche Nachbarn besuchen oder Nachbarn halt selber, wissen wir halt auch nicht. Ich meine, du hast Leute angebrüllt, die mit ihrem Hund da spazieren gehen. Also, du machst einfach eine riesen Show, eine riesen Palaver bei allem, was da passiert. Du glaubst ja, es ist dein Dorf oder dein Land, dein Land Bayern. Zum einen, weil die Hater zu dämlich sind, die Sachen immer wieder hochzuladen. Und zum anderen, weil ich auf meiner Überwachungskamera ja auch Belege habe mit Uhrzeit und Datum und es dann auch vorlegen kann und sagen kann, hier... Genau. Dafür hat sich das Gericht nicht interessiert. Vor allem, du sammelst das ja nicht nur für dich. Du hast es ja auch direkt ins Internet gestreamt, beziehungsweise die Videoaufnahmen gezeigt, den öffentlichen Grund damit. Und du hast dafür auch eine Strafe bekommen, die du dann verdient hast. Das ist alles, was passiert. Ja, wenn du einfach nur dein Leben führen möchtest und deine Ruhe haben willst, hör auf zu provozieren. Hör auf, von Hatern zu berichten. Lösch dich einfach. Hör auf, irgendwelche Vlogs zu machen oder sonst irgendwas. Und vor allem diese Provokation. Immer dein unerträgliches Verhalten. Ich habe es schon mal gesagt, es gibt so viele Influencer und Streamer, die ähnliche Eigenschaften haben wie du. Die nicht besonders gut aussehen, die übergewichtig sind, die vielleicht auch einen Sprachfehler haben, die aber mit Sicherheit nicht so gehasst werden wie du. Und bei dir ist es ja wirklich teilweise Hass, der dir entgegenschlägt. Und dann sollte man sich doch einfach mal hinterfragen, warum so eine krasse Ablehnung? Ja, aber du quasselst ja jetzt gerade schon wieder alles ins Internet. Deine berühmten 2% deines Privatlebens. Du erzählst uns ja alles, warum auch immer. Es hat keiner danach gefragt. Und auch eine Person des öffentlichen Lebens hat Momente, in denen sie ihre Ruhe haben möchte. Zum Beispiel beim Scheißen, beim Einkaufen, beim Ficken. Tut mir leid, wenn ich so... Ja, du bist halt vulgär. Immer. Und außerdem... Naja, Letzteres ist ja wahrscheinlich nie passiert. Der Absprech, aber Tatsache ist, dass auch jeder Mensch auf der Welt ein Recht auf Privatleben hat und auch ein Recht dazu hat, dieses auch auszuüben. Ja, dann hör auf, die Leute zu provozieren und sie werden dich in Ruhe lassen. Ganz einfach. Dass man, wenn man beim Einkaufen gefilmt wird, ja gut, das lässt sich nicht vermeiden. Wenn man jetzt zum Beispiel in der Stadt ist und gefilmt wird, das lässt sich nicht vermeiden. Wenn man jetzt irgendwo an öffentlichen Plätzen ist, lässt es sich nicht vermeiden. Also ich in meinem Fall, ich konnte nicht mal zum Thomann nach Treppendorf fahren und mein neues Mikrofon holen, ohne dass mich Leute erkannt haben. Gut. Ja, natürlich. Du bist ein Riesen-Meme. Du hast Meme-Potenzial ohne Ende. Aus der Region wird dich wahrscheinlich jeder kennen. Diese ganze Show, das wird sich doch rumgesprochen haben. Und deine Nachbarn werden dir auch schön abwertende Blicke zuwerfen, die die ganze Zeit den Terror, diese nächtlichen Brüllereien und ähnliches wegen dir ertragen müssen. Es waren jetzt 25 Menschen, die kamen zu mir, haben gefragt, ob sie ein Foto machen dürfen, haben da mitgearbeitet. Also waren Mitarbeiter vom Thomann, haben mir gedacht, naja, gut, scheiß drauf, dann lässt es halt jetzt machen und so. Da hast du dich gut gefühlt. Richtig als Promi. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Ist ja kein Akt, ne, dann magst du es halt. Dankeschön, dass ihr mich nicht mal fünf Minuten hier sitzen lassen könnt. Ähm, ich hab nur ein... Das ist das Leben, was du haben wolltest. Du wolltest der große Star sein. Du wolltest der Gronkh sein. Oder der Unge. Und teilweise, die verraten nicht die ganze Zeit, wo sie sind. Einer hat sich sogar, naja, ins Ausland abgesetzt, damit er seine Ruhe da hat. Da werden ihn nicht jeden Tag alle erkennen, beziehungsweise besuchen. Aber es ist doch ganz normal, als prominente Person, du bist halt bekannt. Und brauchst nicht erzählen, dass du berühmt bist. Da ist kein Ruhm. Es ist nur Bekanntheit. Ich bin der einzige Rückzugspunkt auf der ganzen Welt. Und das ist bei mir zu Hause. Ja, dann bleib in deiner komischen Schanze drin. Da hast du deine Ruhe. Aber du kommst ja raus, du brüllst den Leuten hinterher. Die wollen den Tanzbär sehen. Und du gibst ihnen den Tanzbär. Natürlich kommen dann wieder andere. Und dann filmst du das Ganze noch. Es ist ja eine Riesenshow, die du veranstaltest. Aber du willst es ja. Diese Provokation, das ist ja, damit du Content hast. Das ist doch das, was du haben willst. Auf meinem Grundstück, in meinem Haus. Was es jetzt nicht mehr lange ist. Wenn ich nicht rauskomme, dann reißen die Leute mein Tor ein und rennen auf meinem Grundstück rum. Dein Tor, klar. Dein komisches Tor, dieser Schrotthaufen, der da steht. Die reißen das nicht ab. Die meisten stehen einfach nur vor deinem Tor. Und wenn du nicht rauskommen würdest, würden es halt weniger werden. Aber wie gesagt, du willst ja die Show haben, damit du Content hast. Die Polizei hat weder die Kapazitäten noch die Möglichkeiten. Und die haben auch keinen Bock da drauf. Es wurde ja mal gesagt, dass ein Drittel oder zwei Drittel, ich weiß es nicht mehr, der gesamten Polizeieinsätze nur zu dir gingen. Für die P.I. näher. Das muss man sich mal vorstellen. Der ganze Landkreis. Dass du da solche Kapazitäten bindest. Was das an Steuergeld ist, was du verbrennst. Da musst du gar nicht so dämlich grinsen. Nein, furchtbar. Meine Güte. Es gibt Menschen, die arbeiten für ihr Geld, die zahlen ihre Steuern und die werden dann für so einen Kasper wie dich verschwendet. Kriege ich schon wieder... Boah, kriege ich Puls. Manche Personen bei der Polizei, auch nicht die Lust und Laune... Was heißt denn Lust und Laune? Das ist nicht deine private Security. Dafür deine Show, deine Kasperei. Zieh dich aus dem Internet zurück und du hast deine Ruhe. Mir zu helfen, rechtzeitig zu kommen oder halt möglichst dann auch was zu unternehmen. Das ist schon oft genug vorgekommen, dass ich eine Anzeige machen wollte und die Polizei sich geweigert hat, eine Anzeige aufzunehmen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir haben es ja von anderen Besuchern gehört. Wie, du? Du fragst ja die Polizei, kann ich den wegen dem und dem anzeigen? Sagt der Polizist, nein. Ja, geht denn das und das? Nein. Ja, natürlich, die sind genervt, die wollen ihre Ruhe haben. Du gehst denen auf den Keks und zwar gewaltig. Obwohl sie gesetzlich dazu verpflichtet sind, diese Anzeigen aufzunehmen. Dadurch... Ja, aber nicht für jede Kasperei. Die wissen doch, dass kein Grund da ist. Und wenn kein Grund da ist, können sie auch keine Anzeige aufnehmen. Das ist totaler Quatsch, was du da veranstaltest. Die brauchen keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Die haben genug zu tun. Auch ohne dich. Dass ich ja seit über sechs Jahren, seit über acht Jahren, seit über neun Jahren YouTube mache. Also seit zehn Jahren. Im November werden es jetzt zehn Jahre. Und ich mache seit acht Jahren YouTube mit den ganzen Hater-Aktionen von meiner Haustür. Und ich habe in diesen acht Jahren oft genug Leute anzeigen müssen und auch angezeigt. Und dann gibt... Ja, ich möchte auch gerne wissen, wie viele davon fallen gelassen wurden, weil es völliger Quatsch ist. Also wenn ich Polizist wäre und ich sehe die normale Nummer und du rufst nicht den Notruf an, dann würde ich gar nicht mehr drangehen. Und wenn du den Notruf anrufst und es ist nichts, würde ich dich deswegen anzeigen, wegen Missbrauchs. Anders würdest du es ja nicht lernen. Also bitte nicht falsch verstehen. Auch sowas wie Swatting und sowas. Wenn sowas von den Hatern gemacht wird, das finde ich genauso falsch. Und dieser eine Bekloppte, dieser Base-God zum Beispiel, der hat ja auch seine Strafe bekommen. Der hat ja noch ganz andere Sachen gemacht. Noch viel, viel schlimmere Sachen. Aber sowas gehört sich meiner Meinung nach einfach nicht. Und die Leute müssen auch ihre Konsequenzen bekommen. Ob es jetzt so ein Hater ist wie Base-God oder reiner Halt selbst. ... die Anzeigen und die anderen Beamten machen genau dieselben Anzeigen nicht. Deswegen kann ich deutlich sagen, ja, die Kollegen da haben das aufgenommen. Die Kollegen hier haben es nicht aufgenommen, obwohl es dieselbe Situation war. Ja, wahrscheinlich sagen sie, sie haben es gemacht und schmeißen den Zettel danach in die Mülltonne, weil du denen auf den Keks gehst und weil sie halt einfach ihre Ruhe haben. Das ist dann halt so, wo ich mir die Frage stelle, warum haben die Kollegen das aufgenommen und die Kollegen das nicht aufgenommen? Die Kollegen sagen zu mir, ja, wir machen das. Die Kollegen sagen zu mir, ja, es gibt keine rechtliche Grundlage dafür, eine Anzeige aufzunehmen. Ja, vielleicht haben die anderen auch irgendwie mal Kontakt zu deinem Vater gehabt und sagen, das ist Rudis Buhr, den können wir nicht nur im Regen stehen lassen. Ich weiß es nicht. Aber dass du nicht wirklich beliebt bist bei der PNN, dürfte dir doch wohl klar sein für die Kasparei, oder? Dann frage ich mich, entweder haben die anderen Beamten dann das Ganze aufgenommen, haben das aber dann zu Hause irgendwo abgefackelt und dann war es das. Ja, davon gehe ich halt auch aus. Die Anzeigen wurden wahrscheinlich nie in der Wache aufgegeben. Die haben mir erzählt, ja, ja, das machen wir. Und dann kam es in Ablage P wie Papierkorb. Es war alles vorbei und haben das nur gemacht, um mich zu beschwichtigen. Wobei ich dazu sagen muss, selbst das wäre für mich schon schön, weil es mich dann beruhigt, auch wenn ich nicht, solange ich natürlich nicht weiß, dass die sind ja einfach nur abfackeln und dann war es das. Nee, aber wenn die dann zumindest den Anschein mir gegenüber waren, dass auch was unternommen wird, dann ist es etwas, was für mich natürlich seelisch gut ist. Wenn jetzt allerdings ein Beamter sich von vornherein... Ja, die hätten dir klar machen müssen, dass das, was du machst, nicht geht und dass sie nicht deine Leibwache sind. ...weigert, eine Anzeige aufzunehmen, obwohl die gleiche Situation im Vorfeld ist. Dann frage ich mich halt letzten Endes so, hm, was ist da jetzt los? Aua. Das ist deine subjektive Dulli-Wahrnehmung, Rainer. Ob da das Gleiche passiert ist, halte ich mal für wirklich ein Gerücht. Und dass du halt wirklich auch Quatsch erzählst und die Polizisten wahrscheinlich teilweise, die länger da sind, auch wissen, dass du ihnen nicht die Wahrheit sagst, dürfte auch klar sein. Das ist jetzt ungefähr viel... Was ist los? Hast du Zahnschmerzen? Solltest du dir vielleicht mal öfters die Zähne putzen, nicht nur, wenn du Schmerzen hast. Dann ist es nämlich zu spät. Das ist sechs Wochen her, ungefähr, da bin ich mit nachts, nachts auf meinem Grundstück mit Pfefferspray angegriffen worden. Rainer, das ist doch wieder ein Märchen. Wäre das so passiert, hättest du sofort danach ein Video gemacht, hättest du sonst irgendwas erzählt, hättest du ein Tarar gemacht, jetzt hast du dir wieder irgendeine Story ausgedacht. Ach, ich bin ja das große Opfer und es ist ja alles begründet, dass ich die Polizei anrufe. Wir wissen genau, wer mit Pfefferspray gesprüht hat und das warst du. Und da hast du deine erste Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung bekommen. Ein Grundstück war ein Beamter im Dienst, der mich angezeigt hat, dass unter anderem auch verhandelt wird, wegen Verleumdung, weil ich gesagt habe, öffentlich in einem Video vor längerer Zeit oder in einem Stream, habe ich seinen Namen genannt, was ich bereue bis heute. War das der liebe Herr Müller? Grüße gehen raus, großer Mann, absoluter Ehrenhater. Aber die Sachen, die ich gesagt habe, waren ja, Alexa, Stopp, das war mein Timer, das ich aufnehmen muss. Richtig clever, gute Vorbereitung und man sieht, du schneidest deine Videos. Ich meine, ich habe nicht den großen Anspruch, ich mache das als Hobby. Das ist für mich Spaß, Videos aufzunehmen, mir macht das halt Laune. Aber Rainer bezeichnet das als seinen Beruf. Sieht übrigens gerade so aus, als ob er gerade aufstehen würde. Und wenn man das als seinen Beruf sieht, braucht man eine gewisse Qualität. Und Qualität heißt, dass man die Erwartungen der Zuschauer erfüllt. Und das ist halt bei dir nicht der Fall. Es kommen dauernd irgendwelche Störgeräusche. Mal klingelt das Handy, jetzt ist es Alexa. Nächstes Mal brummt wieder irgendwas, weil der Lüfter zu laut ist. Oder was wir ja auch schon hatten, Musik von Regentropfen. Also als deine Beruhigungsmusik. Und das machst du ernsthaft nicht aus, wenn du einen Vlog aufnimmst. Also mit Qualität hat das nichts zu tun. Und dann war es halt so, dass ich angezeigt wurde von ihm, beziehungsweise durch ihn von einem anderen Beamten. Der darf natürlich das nicht selber aufnehmen, sondern das muss dann ein anderer machen für ihn. Und die Tatsache ist die, er redet sich darauf heraus, dass ich Verleumdung betrieben habe. Ja, und deswegen wirst du auch noch verurteilt. Schön. Das ist auch richtig so, wenn du das gemacht hast. Du bist ja auch nicht clever genug, das für dich zu behalten. Du brüllst das ins komplette Internet raus. Und natürlich wird es irgendeinen geben, der das weiter erreicht. Und ich weiß ja gar nicht, mittlerweile, wenn die Polizisten da zwei Bildschirme stehen haben, ob sie auf einer nicht ihre Arbeit machen und auf der anderen wieder gucken, was der Winkler für einen Quatsch macht. Da sind mit Sicherheit auch schon der eine oder andere Hater dabei. Indem ich sagte und öffentlich in einem Video sagte, dass er als Beamter nicht tauglich ist, weil... Das ist auch schon eine harte Aussage, wenn du dem seine Qualifikation absprichst. Das ist sehr, sehr unverschämt von dir. Und dafür hast du halt auch die Quittung dann später bekommen. Er eben seine Arbeit nicht macht, oder? Ja, das finde ich schön. Du bist deswegen angezeigt und du wiederholst jetzt das Ganze nochmal. Hätte die Staatsanwältin ein bisschen tiefer geforscht, hätte vielleicht diese Videos gesehen, hätte die mit vorgespielt, hätte man auch schön zeigen können, dass du das Ganze halt wirklich so meinst. Das hätte vielleicht das Ganze noch ein bisschen verstärkt und dann hättest du am Ende keine Bewährung bekommen. Und der Witz daran ist, er hat sich nicht darauf herausgeredet, dass ich sage, er macht seine Arbeit nicht richtig, sondern dass er sich auf die allgemeine Situation herausgeredet. Dass wir... Wartet mal kurz, wir haben schon wieder drei Herrschaften... Ich habe jetzt auch überhaupt nicht verstanden, was jetzt sein Argument sein soll, aber es sind Hater da und er kann natürlich so ein Video nicht machen. Die Hater, das ist natürlich primär... Da steht im Mittelpunkt, da muss jetzt erstmal notiert werden und ein bisschen Show gemacht werden. Zeigen darf er es gar nicht mehr. Jetzt kriegt er wieder eine Strafe reingedrückt. Jetzt macht er es halt mit Aufschreiben. Unterbrechen, zeigen, das ist jetzt das neue Show-Element. Unmöglich. Drei Leute stehen auf der öffentlichen Straße. Ja, furchtbar. Ja, mach deine Scheiß-Kameras aus, dann kriegst du das überhaupt nicht mehr mit. Und dann ist das Problem gelöst. Aber das willst du halt nicht. 40 noch nicht. Die Aktivität dabei ist gewesen, er hat dann gesagt, dass ich Verleumdung betreibe, weil ich behaupte, er macht seinen generellen Job nicht. Dabei habe ich das nie behauptet, was ich... Doch, du hast gesagt, dass er seinen Job nicht macht. Das hast du gesagt. Das ist es. Und das ist ein krasser Vorwurf. Natürlich ist das im Zusammenhang mit dir. Du sagst, dass er deine Leibstandarte sein muss. Und das will er halt nicht. Das ist ja auch nicht seine Aufgabe. Aber das verkündest du halt dem kompletten Internet. Du erzählst immer, man kann den X-Button drücken. Es ist ja... Du wärst ja nicht auf einem Marktplatz. Aber was du nicht verstehst, das Internet ist der weltweite Marktplatz. Alle kriegen das mit. Und du brüllst allen entgegen, dass dieser Polizeimitarbeiter, dieser Wachmeister, was er auch immer ist, dass er halt seine Arbeit nicht macht. Ja, und das ist unverschämt. Das ist einfach eine riesige Unverschämtheit. Gerade von jemandem wie dir, der halt wirklich die Arbeit scheut, wie der Teufel das Weihwasser. Was ich gesagt habe, ist, er macht seinen Job nicht. Habe ich natürlich... Ja. Und? Das ist doch genau das, was er auch anprangert. Natürlich nicht gemeint, dass er seinen allgemeinen Job nicht richtig macht, sondern dass er seinen Job, wenn es um mich geht und um meine Situation geht, nicht richtig macht. Und er sagt, er macht seinen Job richtig. Und deswegen habe ich jetzt eine Anzeige von Beleidigungen beziehungsweise von Beamten an der... Ja, ist ja auch komplett richtig. Und wenn ich überlege, wie oft du im Internet schon Leute beleidigt hast, ist es eigentlich ein Wunder, wie wenig Anzeigen du in deinem Leben bekommen hast. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, im Internet lässt man vieles durchgehen. Da sagt man halt, okay, das gehört irgendwo ein bisschen damit dazu. Aber der Polizist, der ist nicht in diesem Internet, in dieser Internet-Bubble drin. Für den ist es ein echter Leben. Und der lässt sich sowas nicht gefallen. Backe, der Grund, warum ich euch das jetzt erzähle, ist, genau, das ist sogar ein Schichtleiter. Der war an dem Tag, an dem ich mit Pfefferspray angegriffen wurde, hier vor Ort. Beziehungsweise der war nicht hier vor Ort, sondern der war in der Dienststelle. Und ich habe den angerufen. Die waren dreimal da und ich wurde zweimal mit Pfefferspray angegriffen an dem Tag. Jetzt wurde er, vorhin war es einmal mit Pfefferspray, jetzt sind es schon zweimal mit Pfefferspray. Mal gucken, was gleich noch kommt. Vielleicht doch Belagerungskatapulte, Kanonen, mal gucken. Irgendwas muss, da muss ja noch ein bisschen Steigerung her. Er muss ja das Argument für sich weiter aufbauen. Dass das alles lülülü ist, ist klar. Nicht mehr atmen, ich bin fast erstickt. Ja klar, genau. Davon hast du uns vorher aber nie was erzählt, komischerweise. Und wir wissen, wann, wenn sowas passiert, es wird sofort ins Netz gebrüllt. Anstatt mir, anstatt zu fragen, ob sie in den Krankenwagen rufen sollen und mir schicken sollen oder anstatt zu sagen, ja, dass sie sofort vorbeikommen, ich wurde mit Pfefferspray angegriffen. Ja, der Mann hat halt Menschenkenntnis und der kann dich lesen wie ein Buch und der weiß, dass das alles lülülü ist. Die kommen doch andauernd zu dir hin, das ist überhaupt nichts. Pfefferspray angegriffen, das ist eine gefährliche Körperverletzung. Ich wurde angezeigt, damals unverurteilt, wegen gefährlicher Körperverletzung, wegen Pfefferspray. Ja, merkst du was? Und wenn das wieder passiert wäre, wäre auch die Polizei da gewesen. 100 Prozent, also wenn wieder eine Attacke mit Pfefferspray vorgekommen wäre, diesmal halt von einem Hater. Aber da das nicht so war, glaube ich nicht, dass die Polizei ihre Arbeit gemacht hat. Und wenn du jetzt noch dieses Lügenfeuerwerk hier raushaust, ist es echt ein Wunder, dass die Verurteilung nicht härter für dich ausgefallen ist. Dass ich auf meinem Grundstück angewendet habe, gegen Angreifer auf mich und auf mein Grundstück. Ja, die Sache war halt auch, dass du auf deinem Grundstück standest und die anderen davor. Das heißt, die hätten dich gar nicht attackieren können. Die hätten nämlich erstmal irgendwie über den Zaun beziehungsweise über das Tor rüber gemusst. Und das wollten sie ja überhaupt nicht. Du hast sie nicht abgewehrt, du hast sie angegriffen. Und das war auch die Entscheidung des Gerichts. Völlig zu Recht. Und gleichzeitig hat jetzt jemand, der mich mit verfestigt angegriffen hat, keine Strafe zu erwarten, weil sie ihn A nicht erwischt haben und weil sie B die ganze Zeit kein Problem damit hatten. Das ist doch sowas von verlogen von dir. Das glaubt dir kein Mensch. Dass die Polizei sich weigern würde, bei gefährlicher Körperversetzung irgendwas zu machen und tatsächlich, du wurdest angezeigt und behauptest das jetzt schon wieder. Es ist echt der Hammer. Weil die einfach nicht aufgetaucht sind. Ich habe angerufen und drei Stunden, später drei Stunden, in denen die noch dreimal da waren, ist die Polizei immer noch nicht aufgetaucht gewesen. Ja, und am Ende hat der Richter gesagt, dass es für ihn eine positive Sozialprognose gibt. Und das kann ich halt auch überhaupt nicht verstehen. Also, er verhält sich daneben, er begeht eine Straftat, er wird dafür verurteilt und er wiederholt das vor allem noch zigmal. Ich meine, vielleicht hätte man ja argumentieren können, ihm ist das in der Wut rausgerutscht, dass der Herr Müller seine Arbeit nicht macht. Aber er macht das ja ständig und wiederholt das jetzt schon wieder. Es ist wirklich der Wahnsinn. Und ich habe dann noch ein weiteres Mal angerufen, an dem selben Abend, nach drei Stunden und gefragt, was jetzt los ist, ob die jetzt nochmal kommen oder nicht oder was weiß ich. Dann hat es geheißen, ja, die haben keine Streife frei. Eine andere Schicht hätte in so einer Situation einfach versucht, eine andere Streife herzubekommen. Ja, aber der weiß halt, was hier bei dir passiert. Nichts. Da stehen wahrscheinlich wieder Leute auf der Straße oder ein Fahrradfahrer kommt vorbei oder jemand geht mit seinem Hund spazieren. Meine Güte, dass du wirklich glaubst, du verdienst immer eine Sonderbehandlung. Habe ich auch gefragt, ja, ob das dann nicht möglich ist, vielleicht sich auf die Versteigung zu kommen zu lassen. Und dann bin ich... Ja, klar, vielleicht die Luftwaffe noch dazu, damit sie gleich die Straße bombardieren. Angepflaumend worden. Ja, natürlich, die haben ihre Arbeit zu machen. Die müssen für den ganzen Landkreis sorgen. Und du hältst die von der Arbeit ab. Für die bist du in dieser Form wirklich ein Parasit. Es ist unfassbar, dass du das nicht erkennst und glaubst, du müsstest da immer eine Spezialbehandlung bekommen. Weil ich ja nicht die Berechtigung habe, zu beurteilen, wie die Polizei arbeitet und bla bla bla. Ja, das machst du ja öfters. Der Polizei erklären, wie sie ihren Job zu machen hat. Aber da kriegst du ja immer ein Feedback von denen. Und dann denke ich mir halt echt so, alter, bam, bam, Kopfschuss, falls den Song jemand kennt von Megaherz. Und dafür werde ich angezeigt, weil ich sage, wie es ist, während dann andere behaupten, dass es anders ist. In acht Jahren werde ich, ich werde seit acht Jahren als Lügner hingewiesen. Ich werde seit acht Jahren als Idiot hingestellt, als Vollpfalz. Du wirst nicht als Lügner hingestellt. Du lügst halt ständig. Du widersprichst dir ja teilweise in einem Video. Mehrmals. Teilweise ja im selben Satz. Es ist doch kein Wunder, dass du der Lügenlord dann irgendwann bist. Posten und was weiß ich noch alles. Nur, weil ich sage, wie es Tatsache ist. Ja, natürlich. Dass die überhaupt diesen Prozess machen. Du hättest doch einfach nur aussagen müssen, ach, das war gar nicht so. Ach so, Herr Winkler, ja, wenn sie das so sagen, dann ist das so. Das hatten wir als Beispiel schon öfter in Videos und Streams. Ich habe schon oft gesagt, dass es so und so ist und das wurde halt letzten Endes einfach komplett ignoriert. Jetzt muss ich mir wieder das Zeug... Ja, weil du lügst. Und die wissen das natürlich. Auch wenn du die anrufst und du widersprichst dir dabei. Du erzählst, dass sonst was los ist. Die kommen da hin, erzählst wahrscheinlich irgendwie von 20 Leuten, die dein Tor zerstören wollen und dann stehen da drei Jungs vor deinem Tor, die gar nichts machen, sondern da einfach nur stehen und einen lustigen Tag haben. Dann ist das doch klar, dass die dich nicht ernst nehmen. Ich muss mich ab und zu mal bewegen, sonst lockt der Charakter sich automatisch aus und das möchte ich natürlich nicht. Riesen Zeug hier, riesen Vorkommen. Das ist auch richtiger Qualitätscontent, dass du dich nicht mal auf dein Video konzentrieren kannst, sondern dabei irgendwas noch zockst. Das haut nicht hin. So funktioniert die Welt nicht. Man kann nicht anderen Leuten... Doch, die Welt funktioniert genau so. Wenn du andere beleidigst oder ähnliches, musst du die Konsequenzen dafür tragen. Und wenn derjenige das nicht akzeptiert und dich anzeigt, dann stehst du halt irgendwann vor Gericht. Das ist anscheinend viel zu selten in deinem Leben vorgekommen. Deswegen hast du da noch nicht daraus gelernt, hast diese Erfahrung noch gar nicht gemacht. Aber sie kommt da und das Problem ist eigentlich, dass du eine Bewährung bekommen hast, weil du verstehst das nicht, was eine Bewährung ist. Du sagst ja auch danach, du bist freigesprochen worden. Das ist ja völliger Quatsch. Das heißt ja nur, dass du nochmal eine kleine zusätzliche Chance bekommst. Normalerweise, wenn du gegen eine Bewährung verstößt, dann wird sie aufgehoben gegen diese Bewährungsvorgaben und dann musst du tatsächlich ins Gefängnis. Irgendwas vorwerfen und gleichzeitig dann so handeln und dann trotzdem immer meinen, dass man im Recht ist. Egal, was ich in meinem Leben gemacht habe. Es ist immer so gewesen, dass ich mich immer über Sachen aufgeregt habe, die halt Tatsache waren. Über Sachen aufgeregt habe, die unumgänglich sind. Du hast dich über Sachen aufgeregt, die unumgänglich sind? Es gibt Sachen, die passieren einfach. Gewöhn dich mal ans Leben. Aber das, was um dich herum passiert mit den Hatern, das ist das, was du haben willst. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Und das ist genau das, was passiert. Deine Provokationen sind der Wind und die Leute, die vor deinem Tor stehen, das ist der Sturm. Gerade so, dass ich mich noch mein Auto beschädigen. Und das Geile daran ist, sie beschädigen auch öffentliches Eigentum wie das Wasserstandshäuschen, die Bäume zwischen dem Skirchen und Schauerberg, Parkbänke und, 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 und. Ja gut, die Leute haben da irgendwas vollgesprayt, haben da, ja, irgendwas zugeschmiert. Finde ich auch nicht geil. Ich wohne in der Großstadt, in Köln. Hier sieht es leider überall so aus. Finde ich auch nicht gut, aber, naja, das kannst du dir halt nicht auf die Fahne schreiben. Wenn das, wenn das zu deinem Grundstück gehören würde, das Wasserstandshäuschen, sähe es wahrscheinlich jetzt auch so aus, wie bei dir, das alles zugemüllt wäre. Also, du bist nicht besser, Rainer. Eine Sache der Unmöglichkeit, dass man da irgendwie noch ruhig bleiben soll. Klar, du musst dich darüber aufregen, dass das Wasserstandshäuschen vollgesprayt wurde. Das ist deine Aufgabe in Emskirchen. In acht Jahren bin ich der Meinung, dass ich eine durchaus extrem ruhige Art habe. Ich schlage niemanden grundlos die Fässer ein. Da haben wir jetzt vor kurzem auch erst wieder einen Vorfall gehabt. Ich habe ihn von meinem Grundstück geschubst, die haben mich zu dritt provoziert und der eine zieht auf und zementiert mir eine, also haut mir eine aufs Maul. Äh, und ich... Nochmal. Du willst jetzt erzählen, dass du angegriffen wurdest. Da standen drei Leute vor deinem Grundstück. Du bist rausgekommen, hast einen weggeschubst. Danach hat er dich angegriffen. Du siehst aber schon, dass du rausgegangen bist und ihn weggeschubst hast und als erstes körperlich angegriffen hast, oder? Willst du jetzt erzählen, dass er der Aggressor war? Ich lasse mir das natürlich nicht gefallen. Also habe ich aufgezogen und habe ihn ein paar Mal eine gescheppert. Ähm, dass er geblutet hat wie ein Schwein, weil bei mir ist halt das Problem... Ja, das ist der Pazifist. Vor's Tor gehen, schubsen und dann, wenn der sich wehrt, zurückschlagen. So stelle ich mir das vor. Dass die Polizei dann nicht unbedingt auf deiner Seite ist und sagt, du verteidigst dich. Ich meine, ich weiß auch nicht, welcher Typ das war. Ich kann jetzt, äh, kann jetzt nicht sagen, aus welchem Video. Ich habe da auch schon mal was gesehen. Gut, ähm, finde ich auch nicht schön, äh, wenn es da zu Prügeleien kommt. Ich finde, das Game ist immer dann angenehm, wenn Rainer sich selber bloßstellt. Äh, solche Prügeleien müssen meiner Meinung nach nicht sein, aber es geht halt meistens von beiden Seiten aus. Und du bist ja nicht passiv dabei, wenn du ihn zuerst schubst. Wenn man mich schlägt, dann drehe ich auf. Das habe ich bei dem Typen gemacht. Der hat geblutet wie die Sau, ja. Der hat die ganze, den ganzen Fress hat ihm geblutet. Können die Hater nicht nachvollziehen, das verstehen die Hater nicht, das geht... Glaube ich nicht. So wie du schlägst, kannst du froh sein, dass du dir nicht die Hand gebrochen hast, wenn du den Daumen in der Hand hast. Geht ihn nicht in den Kopf. Äh, meistens sagen sie dann immer, du hast doch gesagt, du hast doch eingeladen, hast doch gesagt, traut euch, kommt zu mir. Ja, Reini, jedes Video von dir ist ein Traut euch, kommt zu mir. Fast jedes. Mist. Äh, ähm, ich bin gerade aufs Spiel konzentriert, weil da gerade jemand ist, der mir mein ganzes Hanf klauen will. Äh, Mist. Und deswegen ist es halt problematisch, weil die, äh, so lange belästigen und so lange provozieren, bis man halt nimmer anders kann, als sich anders zu wehren. Letzten Endes muss man selbst entscheiden, ob das, was man macht, richtig ist oder falsch ist. Wenn Leute vor meiner Haustür stehen, ignoriere ich sie. Wenn sie mein Tor kaputt machen. Was machst du? Du ignorierst sie nicht. Du schreibst sie die ganze Zeit auf. Du rufst teilweise die Polizei, wenn sie davor stehen. Du gehst raus und brüllst. Naja, mittlerweile brüllst du einfach nur noch. Daher kommt ja das, der Name des schreienden Haus. Es ist einfach gelogen. Und das wissen wir alle. Wenn sie mich beleidigen, mein Tor kaputt machen und mit Sachen nach mir werfen, gehe ich vors Tor. Und wenn mich dann jemand schlägt, schlage ich zu. Ich schlage auch mal durchs Tor, wenn mir jemand... Reini, du hast gerade gesagt, du bist rausgegangen und hast denjenigen geschubst. Du hast zuerst die körperliche Auseinandersetzung gesucht. Nicht der andere. Das ist ja aufmerksamkeit. Oder wenn er hier Sachen macht. Ich wurde mit Backsteinen beworfen. Ja, natürlich. Mit Backsteinen. Mit Steinen, die größer sind als deine Faust. Mit Stöckern, die dicker sind als dein Unterarm. Und du hast so einen mächtigen Unterarm. Ja, wir kennen die Story. Meine Güte. Sollte dir das einer glauben, dieses ganze Lü-lü-lü? Ich wurde beworfen, nicht, sondern geschlagen. Ich wurde mit Schusswaffen bedroht, mit Messern. Auch das. Das hat er nie erzählt. Dass er hat mal mit einer Axt geworfen, er hat sich mit einer, mit einem Replikat, mit so einer Pistole, hat er sich auf seinen Balkon gestellt und Richtung Hater gezielt. Ich weiß nicht, das war so eine Paintball-Waffe oder ähnliches. Und das spiegelt er wieder. Er wurde dafür kritisiert und jetzt sagt er, ja, die Hater waren das. Aber wäre das wirklich so gewesen, er hätte doch sofort davon berichtet. Aber das ist mittlerweile die Story, die hat er in seine Schallplatten-Lügen-Geschichte mit aufgenommen. Und die wird jetzt jedes Mal wieder vorgebracht. In der Hoffnung, dass ihm irgendeiner zuschaut, der die Wahrheit nicht kennt. Ich habe am ganzen Arm und überall am Körper habe ich Verletzungen. Ja, weil du durch deinen komischen Zaun durchgreifst. Und da suche ich jetzt mal was raus, ob ich das Video finde. So, ich habe es tatsächlich gefunden. Es hat etwas länger gedauert, als ich gehofft habe. Ich habe damit schon wahrscheinlich heute mehr geleistet als Reini an einem normalen Arbeitstag. Und was wir hier sehen können, ist Reinis Tor. Reini auf seinem Grundstück. Und zwischen Reini und den Hatern ein Zaun und die Hayter haben einen Ofenkäse dabei. Viele kennen wahrscheinlich dieses kurze Video. Und man sieht an dem Zaun links unten, dass da Stacheldraht dran ist. Ich zeige das jetzt nicht als Video, weil YouTube mag nicht unbedingt Besucher-Videos und wäre schade, wenn das dann am Ende weggemetallt wird. Deswegen gibt es nur kurze Ausschnitte davon. Man sieht jetzt, wie er mit seiner Hand versucht, durch den Zaun zu greifen, nach dem Ofenkäse. Und das Risiko ist natürlich groß, irgendwo an diesem Stacheldrahtzaun hängen zu bleiben. Und er greift da ja nicht normal einfach nur durch. Er rüttelt dabei, bleibt irgendwo hängen. Und es wäre auch kein Wunder, wenn er sich dabei verletzt hätte am Ende. Es wird auf jeden Fall auf diese Art und Weise öfters mal vorgekommen sein, weil wir haben auch gesehen, er hat Schnitzverletzungen gehabt, sowohl an der Außen- wie auch auf der Innenseite des Armes. Und wenn man normalerweise irgendwo sich geprügelt hätte oder sowas, wie sollen denn die Verletzungen auf beide Seiten kommen? Und dann immer solche Ratscher, ja, die halt genau zu Stacheldraht passen. Er hat das ja auch mal behauptet, als bei dem Hater-Angriff Masaki diese Blechplatte rübergeworfen wurde, dass ihm fast dabei sein Arm aufgeschnitten wurde. Man sah aber eindeutig, es sind zwei kleine Macken nah nebeneinander und da wird er halt auch im Stacheldraht wieder hängen geblieben sein. Und ich habe noch irgendwas Schönes gefunden. Hier sehen wir Rainer, eine Mulle, eine Besucherin ihm gegenüber. Wir sehen Rainer, wieder nur Bilder. Wie gesagt, YouTube sieht das nicht so gerne. Geht auf sie zu, baut sich vor ihr auf, er ist größer und sie wehrt sich nicht, sie steht einfach nur vor ihm und was macht Rainer? Er fasst sie an und schubst sie weg. Das ist Rainers passive Art. So behauptet er, er wird von anderen attackiert. Aber wir sehen eindeutig, es ist nicht so. Rainer ist der, der körperlich wird. Und damit zurück zum Studio beziehungsweise weiter zum Video. Und Stichwunden und ja, Stichwunden und das ist brutal, als hätte ich abgestochen worden. Mein ganzer Arm ist überall voller blauer Flecken. Ich habe schon wieder lauter blaue Flecken, möchte ich gerade. Wieder durch den Zorn gelangt. Das ist unnötig, das müsste alles nicht sein. Aber es hilft halt nichts. Kann man das schwer unterscheiden zwischen Ja und Nein und Gut und Böse. Was ich letzten Endes sagen will ist, Entschuldigung, umso mehr Aktivitäten die Hater in der nächsten Zeit machen. Rainer, es geht hierbei auch nicht um Gut und Böse. Und es ist bestimmt nicht so, dass die Hater sich jetzt auf eine moralisch überhöhte Position stellen müssen. Aber es ist halt nun mal so, dass du derjenige bist, der die Scheiße baut und dass du die Leute provozierst und dich am Ende nicht beschweren musst, wenn die Leute zu dir kommen. Umso wahrscheinlicher ist es, dass ich vielleicht nicht unbedingt einen Freispruch kriege, aber dass ich Bewährung bekomme. Und man muss die Gesamtsituation betrachten in meinem Fall. Die Hater reden sich momentan immer darauf raus, wenn sie bei mir vor der Tür sind. Äh, ja, du hast, ähm, die Amazon-Pakete sind auch Rektion der Hater. Sag ich, ja, ähm, äh, so, das reicht jetzt erst mal. Äh, halt auch auspacken muss und irgendwo muss das Papier hin und ich hab so viel Papier, dass ich das nicht mehr wegräumen kann, weil ich einfach den ganzen Tag damit überfordert bin. Dann kommen die Herrschaften. Du bist damit überfordert, deinen Papiermüll anständig wegzuräumen und schmeißt dann einfach die Pappkartons aus dem Fenster auf den Hof. Das klingt mir nicht nach überfordert, das klingt mir nach stinkend faul. ...her und meinen, die müssen hier auf die Kacke hauen. Ähm, äh, ähm, aber es ist ja nicht so, dass ich die Sachen, äh, jetzt bestellt hätte oder so. Die sind nicht mal auf meiner Wunschliste drauf gewesen. Muss man auch mal so sehen. Du sagst, alles heißt immer, ich lüge, ich lüge. Letztes, letzten Monat hab ich euch gesagt, dass ich Ende, Mitte, Ende September meine Schulden los bin von meiner Pfändung. Ich hab's bewiesen, indem ich mir das neue Mikro gekauft hab, ich hab's bewiesen, indem ich, äh, meine Wunschliste, wie ich vorher angekündigt hatte, gekleert hatte. Reini, dass du mal die Wahrheit sagst, dass du jetzt keine Schulden hast, äh, das kann schon vorkommen. Aber im Großen und Ganzen, jedes Mal, wenn du denkst, du kannst dich besser darstellen, wirst du lügen. Wenn du glaubst, du kriegst einen Vorteil daraus, wirst du lügen. Das ist deine Art. Das hast du dir tatsächlich angewöhnt. Und das ist keine gute Art. Es ist ja auch nicht unmöglich, davon wieder loszukommen. Nur du hältst das halt für gut. Du denkst, du gewinnst damit. Aber dem ist halt nicht so. Es gibt jetzt nur die Drachenlord-Wunschliste, wobei die anderen gibt es schon noch, aber ich hab sie auf privat gestellt, weil da Sachen... Ja, das ist halt auch die Sache. Nimm die Amazon-Pakete doch nicht an, wenn dich das stört, wenn dich das überfordert. Lösch deine Wunschliste. Das heißt, es können keine Pakete mehr kommen, die für dich sind. Das heißt, du nimmst die generell gar nicht mehr an, wenn der Amazon-Mann kommt. Und das Problem wäre für dich gelöst. Aber nein, es wird weiter gebettelt. Drauf sind, die ich trotzdem nach wie vor möchte, die ich mir aber selber hole jetzt. Und da ist auf der Amazon-Wunschliste für Drachenlord, da sind jetzt nur noch vier oder fünf Artikel drauf und relativ billige noch dazu. Aber da kommen Leute zu mir und sagen, was ich alles mache und wie dumm ich bin und keine Ahnung. Ja, die Leute wollen dich triggern. Und wenn du halt cleverer wirken willst, sollst du das mit dieser Hater-Stimme mal sein lassen. Leute nachäffen, das wirkt weder sonderlich clever und das wirkt auch ziemlich herablassend, über andere Leute so zu reden. Das provoziert Rainer. Ich verstehe es halt nicht. Ich bin und bleibe ich. Man sieht deutlich, was die Hater für Aktionen ziehen und was ich mache. Ich verteidige mich im Internet. Ich verteidige mich im realen Leben. Ich habe es vorhin gezeigt, wer der Aggressor ist auf der Straße. Dass Rainer, wenn er glaubt, dass er überlegen ist, wenn er stärker ist, die Mulle war eindeutig im Kopf kleiner als er, da greift er an. Da schubst er, da wird er körperlich. Wenn er glaubt, dass er unterlegen ist, dann bleibt er auf seinem Grundstück. Das ist nun mal seine Art. Hater greifen mich im Internet an und im realen Leben. Wenn ich jemanden verletze, hasse ich das. Aber die Hater lassen mir keine Wahl. Für die Leute, die gestern dabei waren im Mitglieder-Stream, hatte ich gesagt, dass ab heute wieder ein Dragon Monday startet. Das habe ich jetzt auf nächste Woche verschoben, weil ich eben momentan sehr viel in New World unterwegs bin. Ja, geiler Typ. Ich könnte meine Arbeit machen, was ich zumindest für meine Arbeit halte, oder ich zocke. Naja. Und was passiert? Er zockt. Ja, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Bin momentan, also ich tue mich momentan schon schwer, selbst andere Aktivitäten zwischendurch noch zu machen. Tschö, tschö. Ja, das war wild. Ich hoffe, ihr verzeiht mir die vielen Unterbrechungen. Wenn es ein bisschen viel für euch war, das Video gibt es nochmal ohne meine Comments bei Winklers Liste. Ich glaube, das war jetzt von Winklers Liste 2. Also da könnt ihr euch das nochmal ohne meinen Gebrabbel anhören. Und vor allem, wenn ihr bei dem ganzen Gebrabbel schon nicht mehr wisst, wo ihr eigentlich seid. Du heißt wie erst? Rüdiger heißt du? Genau, ihr seid beim Rüdiger.